Wikipedia, die haben heute ihren großen Stopp. Da wird demonstriert, Wikipedia ist heute geschlossen. Ja nicht wegen Feiertag, sondern wegen Protest gegen den Upload-Filter. Da sind wir uns ja einig, also an dem Punkt, der Upload-Filter müssen wir nicht diskutieren. Ein absolutes Unding mit allen Konsequenzen würde hier zu weit führen, das Ding zu diskutieren. Viel spannender ist es sich mal Wikipedia anzuschauen, auch das vielleicht. Es gibt kaum Brockhaus mehr, Lexikas gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch eine Instanz des unumstößlichen Wissens auf der Welt und das ist Wikipedia. Wer immer was wissen will, geht auf Wikipedia. Wer immer was wissen will über Personen, über Menschen, wer das ist, was das für ein Vogel ist, was er für einen Hintergrund hat, der geht auf Wikipedia. Wikipedia ist sozusagen die heilige Instanz der Neuzeit und die unumstößliche Wahrheit, weil es ist ja die Krautinformation. Das Wissen aller Menschen zusammengefasst und wenn was nicht stimmt, dann sind ganz, ganz viele, die es korrigieren. Und wow, Wikipedia ist die umfassende Wahrheit. Mit viel weniger Fehlern als die britische Enzyklopädie Britannica. Meine Damen und Herren, vergessen Sie es, wenn Sie sich mit dem Thema mal näher auseinandersetzen. Die Institution Wikipedia ist eine solche Macht inzwischen geworden, eben über diesen Zusammenhang, den ich gerade geschildert habe, dass Sie mit dem, was dort steht, unglaublich viel auf der Welt bewegen können. Weil egal, jeder guckt nach, jeder macht sich dort schlau, nimmt das als Wahrheit an, was dort steht, wie ein Wahrheitsministerium. Und dort steht aber nicht immer die Wahrheit, sondern ganz im Gegenteil. Da wird massiv manipuliert, dort wird massiv getrickst. Und vor allem gegen auch Personen, die da diffamiert werden, die da gegen die negativ Presse gemacht wird. Und es ist nicht so, dass da alle schreiben können, sondern es sind ganz, ganz wenige, die dort maximal Schreibrechte haben. Und deren Schreibrechte wichtiger sind als andere. Und die können diffamieren. Und das laufen richtige Kampagnen, vor allem gegen regierungskritische Leute, gegen konzernkritische Leute. Die werden da verteufelt, die werden da in immer schlechteren Licht dargestellt. Da wird regelmäßig, alle paar Monate werden deren Einträge verschlechtert, werden diffamiert, werden negativ dargestellt, um ihnen die wirtschaftliche Basis zu entziehen. Um sie als merkwürdige Gestalten zu brandmarken. Und sie haben keine Chance, dagegen etwas zu tun. Weil sie keine Schreibrechte haben, selbst andere, die für sie in die Bresche springen, die sagen, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, ich korrigiere das. Ja, die haben nicht so große Schreibrechte. Das wird in Diskussionen genommen, wird sofort wieder rückgeändert und findet keinen Eintrag. Sondern nur das von wenigen, die ein ganzes Netzwerk inzwischen bilden, an Gruppierungen, die andere diffamieren, die meinen hier politisch aktiv sein zu müssen auf Wikipedia und dabei sehr, sehr erfolgreich sind. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich das mal anschaut, wer da wo aktiv ist, was da wo passiert. Das ist ein Krimi für sich, der gerade so anfängt, so ein bisschen Bekanntheit zu bekommen. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten auch an der einen anderen Stelle nochmal aufgreifen. Aber seien Sie dem Thema Wikipedia gegenüber vorsichtig. Das kann alles gegen Sie behauptet werden, was immer man möchte von diesen einflussreichen Schreibern. Und Sie haben als Betroffene nicht den Hauch einer Chance, etwas dagegen zu tun. Sie können höchstens in den USA gegen die Wikipedia Foundation klagen. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen heute noch einen sonnigen Tag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.